Also zum fünfzigsten Mal, wie oft ich da jetzt schon hinter bin. Hallo. Ich will nicht sagen, dass die Steuerraum so Probleme hat, aber könnte ich programmiert haben. Warten wir mal eine halbe Stunde, bis er da mal rauskommt. Okay, also es gibt Dark Souls 1, dann die Prepare to Die Edition. Und dann gibt es die Remaster, die ich hier spiele, ja? Okay. Das heißt, dass hier schon die... Dann gibt es auch die Konsolen-Version, ne? Okay, also es gibt irgendwie vier, fünf Versionen von dem Spiel und... Und die Steuerung funktioniert immer noch nicht richtig? Okay, das ist... Die KI hat stellenweise schon so geistige Behinderung. Wenn sie eigentlich insta-killt. Ähm... Nun. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir überhaupt Mühe bei meinem Spiel gebe. Ich möchte irgendwas, dass durch diese Scheiß-Schilde kommt, aber... Da habe ich ja nix. Hallo, schlag doch zu! Wapp, was? So darf der auch heilen. Das ist unfair. Knobby, Gloridi, einfach mal. Dann will ich mal hier vorwärtskommen. Also, die da oben. Das war fast schon geplant. Äh... So, jetzt loffen wir einfach an denen vorbei. Da ist noch so ein... Wobei die Treppen laufen, ist bei denen ja eh nicht so, ne? Ja, loffen wir einfach vorbei, weiß schon. Einfach mal drauf hoffen, dass sie... Der kann Treppen laufen, sehr gut. Waren da nicht noch irgendeine Typen? Die jetzt so keinen Bock haben zu kommen. Dann wenigstens haben sie kein Schild. Wenigstens haben sie kein Schild. Was liegt denn da oben, einer? Den habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Der hat irgendwas. Nicht sagen, dass ich rankomme, weil... Ich habe versucht, da hinzukommen, sterbe, aber... Kommt den eh jetzt noch her. So, das habe ich behalten. Nächst etwas. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich da hinkommen soll. Ich werde mich selbst überraschen, indem ich da runterfalle und sterbe. Er ist nicht gestorben, nehme ich an. Oh, ist er tot? Nee. Ah, toll. Komm, machen wir mein Ding. Genau, mein Ding. Weh, das lohnt sich nicht. Sie halten Müll. Toll. Ach, du Scheiße. Wer legt denn so Zeug dahin? Das ist doch nicht in Ordnung. Und überraschenderweise ist niemand von oben auf mich heruntergesprungen. Wo ist ein Bug sein? Ah, da liegt doch mein Zeug. Fuck you. Was heißt mein Zeug? Irgendwie fünf Seelen und das war es dann auch schon wieder. Das Schöne ist natürlich, dass diese Instant-Kill-Typen Beiden Wegen sind. Das heißt, es ist egal, welchen ich nehme. Ich muss die so oder so killen. Also, mindestens ein. Hörst du mal auf mit deinem Schild? Ich brauche irgendwas, das durch Schilde kommt. Ich sehe schon. Ich weiß nicht, wo ich das hier nehmen soll, aber... Können wir irgendwie anschleichen? Nein. Ich weiß nicht, wo ich das hier nehmen soll. Junge, gut, dass ich den See so um die Ecke rum... Das macht die Sache viel einfacher, wenn man den Gegner ordentlich sieht. Ganz entspannt. Das hier hat einfach nur nicht treffen lassen. Ich habe auch noch so viel Heilung übrig, finde ich gerade fest. Das ist natürlich... Achso, das sind zwei unterschiedliche Wege. Also, ja. Habe ich natürlich gleich gesehen. Scheiße. Diese ist jetzt gar nicht mal so geil. Wenn ich mich heile, werden die Gegner, die spawnen. Was ist denn das für ein Schild hier? Lass mal... Oh, es ist sauschwer. Egal, lass mal ausrüsten. Passt schon. Das ist jetzt die Frage, gehe ich weiter oder halte ich mich? Ich will auch gerne meine Seelen wiederholen, aber dann sterbe ich wahrscheinlich, wenn ich das versuche. Meine Aussage regnet sich langsam, wenn ich blocke. Ja, geil. So, komm dir ein erst mal her, bitte. Kommst du mal hierher? Ja, nein. Ich verstehe. Ich sag's, wie es ist. So Sachen hat meine KI halt auch schon gemacht. Das Problem ist, ich müsste jetzt im Beziehbau noch auf die andere Seite gucken. Ja, ich muss nicht mehr auf die andere Seite gucken. Ja, easy. Gar kein Problem. Alles total, überhaupt kein Problem. Man darf sich halt nur nicht treffen lassen. Und dann muss man sie einmal treffen und dann halt die ganze Zeit draufschlagen. Kannst du mal ein Schild so ein bisschen? Hallo? 50 unterschiedliche Versionen. Die KI hängt an der Wand fest. Das ist auch richtig gut, glaube ich, gegen die Wand zu schlagen. Sag mal, du willst mich doch jetzt verarschen, ja, oder? Danke. So, scheiße, ob die Aussage hier unten liegt. So, könnte jetzt langsam mal ein Feuer kommen, das wäre schön. Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wann das nächste Feuer kommt. Die Brücke, da sieht nicht sonderlich sicher aus. Was haben wir da unten noch? Da liegt irgendwas, aber... Also, das ist einfach nur die andere Seite, okay. Alles gut. Alles sicher. Ach du Scheiße. Sehr gut. Ich habe es erfolgreich geschafft, einen Gegner anzulocken. Wer mir jetzt auch noch bis an der Ewigkeit folgt. Sehr gut. Nein, ich habe keine Ausdauer. Ich habe gar keine Ausdauer. Das ist ja jetzt ungünstig gewesen. Ähm. Mit der linken Hand, wenn ich richtig in der Kasse... Was? Mit der linken Hand? Jetzt kommt hoffentlich keiner. Ach, das geht nicht. Okay. So rum? Oder wie meinst du das jetzt? Nee. Ja, ein Block. Ich habe hier schon der Zeug in den Shit gepostet. Wenn ich nichts anfangen kann. Wahnsinn. Ich muss jetzt mal schnell Schild... Du meinst so, oder was? So, erstmal dieses Tor öffnen, ohne dass gleich noch einer kommt. Das wäre schön. Ist das möglich? Kann ich weit genug wegbleiben? Ich kann weit genug wegbleiben. Okay. Das finde ich schon mal gut. Herre Bade klingt nach zweihändig. Nee, du wirst. Okay. Hm. Ich finde es auch schön, dass ich die Ausdauer langsam regeneriert, wenn man... ...Kellerschlüsse, okay. Ich ziehe mal an diesem Hebel hier. Äh. Man kann mit der linken Waffen down greifen. Was? Also ich weiß, dass ich das hier machen kann. Aber das war jetzt richtig klug. Bin jetzt nicht sicher, was du sonst noch meinst. So, wo ist jetzt das nächste Kackfeuer? Ist da drin ein Feuer? Nee, das da drin sieht nicht aus, als ob da ein Feuer wäre. Spontan möchte ich da gar nicht lang gehen. Lass mal ein Trinken hier. Sieht nicht sicher aus. Ich hätte gerne ein Feuer und das hätte ich gerne mal. Ähm. Ehrgeil. Ich habe Bolzen stattdessen. Hm. Bin gleich tot. Nein. Das war ja auf einmal kämpfen, ist halt einfach scheiße. Aber wenn man nebenbei noch... ...was ist auch ich... ...Pfeilen oder Bolzen beschossen wird. Ja, Gott. War klar, dass das passieren wird. Achso, ich hätte noch mal eine... ...bestimmt, ich hätte noch diese scheiß Teildinger gehabt, die ich irgendwie... ...nur in begrenzter Menge habe und nicht wieder aufladen kann. Geiles Start-Item. Und ich habe zwei Angriffstasten für Linke, was? Ich kann mit der linken Hand auch angreifen? Wart. Okay. Ich will nicht sagen, dass das Spiel kacke ist, aber es ist nur ein bisschen scheußen. Ich will nicht sagen, dass das Spiel kacke ist. Ich will nicht sagen, dass das Spiel kacke ist. Ich will nicht sagen, dass das Spiel kacke ist. Ich werde die Fourthsfälle nehmen. Und ich habe es noch... Ich kann mit der anderen Seite nicht dran kommen. Ja, toll. Als ob ich im Kampf 200 Tasten drücken kann. Junge. Ich bin froh, wenn ich eine drücken kann. Hm. Nein. Sehe ich schon. Genau mein Spiel. Nämlich ist das Tor offen. Wer ist denn mal wieder mit einem Feuer? Es sollte viel mehr Feuer geben. Das sind auch Feuer. Warum können wir die einfach da hinsetzen? Passt doch. Nein, das ist... Hm. 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 Vielen Dank.